. . . . . Sind wir drauf? Ich kann nix sehen. Hiiii! Jetzt willkommen zu Knallhart durchgenommen The Return! Auf Edmund Densel! Es ist vielleicht nicht die allergrößte Überraschung, dass wir zurück sind. Denn so ist auch eines unserer Lieblingsspiele. Bloodborne ist zurück. Ich hab mich total beeilt. Ich muss noch kurz Luft holen. Ja, ich auch. Ich hab mein Mittagessen jetzt auch in das Let's Play verfragt. Richtig. Ich war auch Mittagessen, um die Kraft zu tanken dafür. Denn ich hab auch schon viel gehört. Ich weiß nichts. Null. Nur diese kleinen Schnipsel, vor denen man sich nicht drücken kann. Es soll so superschwer sein und alles. Problem ist, wir sind genau da, wo die Zuschauer das letzte Mal uns verlassen haben. Nämlich in unserem alten Spiel. Müssen also ein bisschen Vorarbeit leisten. Genau. Ich hab ja letzte oder vorletzte Woche war ja Bruga hier. Und mit dem hab ich ja schon ein bisschen im DLC gespielt. Das heißt, ich weiß so ein bisschen mehr als du. Er hat mir sogar auch erzählt, wie man es aktiviert. Aber ich hab's natürlich schon wieder vergessen. Ich weiß nur so ungefähr, wo wir hin müssen. Oh, das ist super. Ich weiß auch nur ungefähr. Lass uns damit arbeiten. Lass uns damit arbeiten. Also zum dritten oder vierten Boss. Und wir haben uns überlegt, sollen wir es schon vorspielen und dann direkt mit dem DLC beginnen. Und dann haben wir gesagt, nein, das wäre nicht in der Tradition von Knallert durchgenommen. Das Spiel heißt so, weil man eben alles nochmal mit euch erleben will. Und deshalb sind wir genau da, wo wir das letzte Mal sind. Wir haben den, wir haben den, wie heißt der nochmal? G-German. 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 G-German haben wir gekillt. Und, ja, sind dann in der Josefskas Klinik wieder aufgewacht. Und sind jetzt genau hier, ne? NG-Plus Style. Genau. Das ist der Anfang. Deshalb liegen hier auch wieder überall Items. Items. Und wir haben beide, glaube ich, ewig nicht gespielt. Also, wie gesagt, ich habe kurz gespielt, als Pruger da war. Hier kommt man raus, genau. Ich habe auch ewig nicht gespielt, bis auf tatsächlich, ich habe kurz letzte Woche zwei Stunden reingeguckt. Wollte den DLC spielen, war aber zu doof. Ich wusste nicht, wo er ist. Ich wollte es mir auch nicht im Internet groß durchlesen. Ich hatte nur diese kleinen Zeitinfos. Ich wusste ungefähr, da Kathedrale kriegt man ein Item. Ich dachte mir, ja, das raffst du schon. Aber ich habe nicht mal die Kathedrale gefunden. Da war dieses Gatter und ich habe keine Ahnung, wie man durch dieses Gatter kommt. Und da bin ich dann gescheitert nach zwei Stunden. Deswegen keine Ahnung. Quasi, wie es viele gerne mögen. Also, ich bin sehr gespannt, weil NG-Plus habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gespielt. Und ja, wir sind, ich weiß gar nicht, was sind wir für ein Level? 77. Das ist gar nicht mal so hoch. Das ist echt nicht hoch. Also, ich habe Berichte gelesen im Internet von Leuten, die irgendwie Level 150 sind und sagen, ja, knackig. Und also im NG-Plus wohlgemerkt. Es war aber auch schon, als ich es jetzt letzte Woche mit Bruga gespielt habe. Das war nicht NG-Plus. Der hat extra ein Save-Game gemacht, wo er da hingespielt hat im NG. Ja. Und ich fand es schon sackhart. Also, ich richte mich schon mal auf viele Tode ein. Und ihr euch, ach guck, wir haben 304.000 Seelen. Uh. Da kann man sich bestimmt was Gutes von kaufen. Da könnte man direkt mal vielleicht ein Level hoch oder so. Mhm. Ne? Ja, doch. Boah, geile Sound. Ich erinnere mich. Wir sind wirklich zum ersten Mal hier. So, sollen wir direkt mal ins Nexus gehen, oder? Lassen wir machen. Weil, ganz ehrlich, wir ärgern uns mit 77. Ja. Wir werden, ich sehe schon kaum eventuell eine Levelrunde einlegen müssen, um überhaupt da auf einen grünen Zweig zu kommen, im DLC zu überleben. Ich erinnere mich wirklich nur an den letzten DLC von Dark Souls 2. Oder das Eis-Level. Das Eis-Ding war ja wirklich das schwerste, an der Grenze zur Unfairheit. Ach guck mal, deshalb gibt es jetzt auch die Zwischensequenz. What? Mal, weil es das erste Mal im Prinzip ist, dass man ins Nexus kommt. Ach so. Also das ist jetzt, glaube ich, kein DLC-Special. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber gut, macht Sinn. Schmatz, Schmatz. Ach so, man kann die, glaube ich, jetzt noch gar nicht. Ne, die ist noch Tod. Was ist denn echt hier? Erst nochmal alles. Hättest du dir da nicht eine Waffe mitnehmen können? Brauchen wir nicht, ne? Ne, haben wir ja schon. Ja, ist für free, ne? Ja, stimmt. Okay. Bock auf Dialoge haben wir nicht. Ach so, wir müssen ja erst den Boss legen, um leveln zu können. Auf der Brücke, oder? Ne, wie war das? Mit Inside ging es eigentlich? Aber Inside haben wir ja genug. Eigentlich bei zwei Inside oder so, ne? Ich glaube, wir müssen noch einmal raus und nochmal rein. Kann sein, ja. Ich probiere es einfach mal. Weil so war das ja, du hast ja kein Humanity bzw. kein Inside gehabt am Anfang. Und das kriegst du ja erst, wenn du das erste Mal den Boss triffst, sozusagen. Und kannst dann erst leveln, wenn du nicht das Item unten in den... Kann sein. So war das irgendwie. Aber jetzt haben wir ja schon ein paar und 50 Inside. Eigentlich müsste deshalb die Puppe relativ... Also müsste jetzt, wenn wir sie nochmal laden... Sehen wir gleich. Wir sind ja tatsächlich, wir haben ja noch gar nichts gemacht. Du bist jetzt zum allerersten Bonfire oben. Mhm. Und wir haben noch gar nichts gesehen. Ne, tatsächlich, das ist ja das allererste Bonfire. Ja, da ist auch zu die Tür. Genau. Genau. Also, ähm... Ich weiß gar nicht, ob wir heute überhaupt schon in den Genuss der neuen Level kommen. Auf keinen Fall. Also wir müssen jetzt nicht nochmal... Wir müssen nicht nur den Typen auf der Brücke töten. Den muss man ja zumal noch gar nicht töten. Das ist glaube ich ein Optionaler, aber wir müssen hier den anderen Hunter töten. Ja. Das wird schon lustig genug. So, siehste. Ja, hat geklappt, ha? So, 77. Ein Level kostet 35. Also so 8 Level kriegen wir vielleicht hin. Was sagst du? Wie war das Softcap? 40? Unterschiedlich, glaube ich. Also Strength können wir auf jeden Fall auf 30 machen, oder? Das ist eine schöne runde Zahl. Ich mag auch runde Zahlen. So, dann, ähm... Ja, wenn wir die Kanone irgendwann benutzen wollen, müssten wir natürlich Blood Tinge hoch machen. Die benutze ich ja nie. Okay. Endurance... Ich würde Vitality auf 40 pumpen. So. Dann weiß man zumindest... Also, weil... Wie viel gibt es jetzt, wenn man noch ein... Wie viel HP gibt es dann? Ja, immer noch 21, der letzte Punkt. 21, okay, das geht ja. Hm. Ich kann ja mal kurz gucken. Nein, es geht... Da ist noch nicht das Softcap. Strength... Macht jetzt nicht so den Unterschied. Können auch noch... Wir sind da super ausgeglichen. Endurance, Strength... Mhm. Womit kämpfen wir eigentlich? Ludwig Schwert. Und... Benutzt es beide Werte? Ist das nicht eine Dex-Waffe? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Skill... Können wir mal grad gucken, wenn ich einen Skill hoch mache. Ja, geht genauso viel hoch wie bei Strength. Ja, obwohl 8... Ja, dann haben wir noch einen Skill hoch. Okay. So? Ja, komm mal. Jetzt haben wir immer noch... Äh... Fehlen 6000, dann könnten wir das nächste Level auch noch investieren. Soll ich was poppen? Ja. Ich glaube, das wäre echt klug, wenn wir ein bisschen besser wären. Weiß gar nicht, ob wir alles gepoppt haben am Ende des Spiels. Es könnte nämlich sein, dass wir das gemacht haben. Ja, haben wir nämlich. Wir haben gar nichts mehr zum Poppen. Ja... Tiny Music Box dürfen wir nicht vergessen nachher. Ja. Was haben wir? Wir haben alles. Und wir könnten was verkaufen. Zum Beispiel hier. Threaded Cane haben wir, glaube ich, gar nicht. Soll ich den nehmen? Die anderen Sachen haben wir. Oder haben wir den? Ich weiß es nicht. Was haben die? Ach, nur eine Pistole. Old Hunter Bell. Ist das die Co-op Bell? Oh. Die ist neu, ne? Ich glaube auch, am Anfang... Da kriegt man noch keine... Nee. Die hatten wir ja auch noch nicht. Wo ist sie denn? Vielleicht bei Key Items, wenn sie da nicht ist? Das ist... Old Hunter Bell. Consume inside to ring and call to old hunters for help. Oh. Oh, Christ. A human must expand inside to ring this... The old hunters who have long passed from the dream but cannot forget the feeling. Vielleicht ist das das DLC-Item. Weil Old Hunters, ne? Ja, stimmt. Das ist gar nicht gerafft. Das ist gar nicht gerafft. Die musst du halt erstmal auf 10 bringen, sonst hast du halt gar keinen... Wie würdest du das machen? Aber wahrscheinlich gibt's im DLC die Supersteine, oder? Also wird ja sonst keinen Sinn machen. Da muss doch ein Supersteine drin sein. Wie heißen die nochmal? Die... Blood Rock, oder so? Blood Rock, ja. Gibt's ja auch welche im Chalice-Dungeon, aber die haben wir ja auch nicht wirklich... Hier ist dann nämlich ein neuer Grabstein. Beziehungsweise hier... Wattler aber nicht echt? Ja, ja. Da kommst du in DLC. What? I know. Cold Blood Flower Bulb? Achso, das ist alles Chalice-Ritual-Stuff. Ja, man muss erstmal wieder reinkommen, ne? Wenn man so eine lange Pause gemacht hat, dann ist erstmal wieder so ein bisschen... Sich mit allem... Anfreunden. Jarnem. 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 Jarn... Das ist schwer auszusprechen. Oh Mann, ey. Ja, sollen wir den dann trotzdem auf der Brücke jetzt machen, auch wenn man nicht muss? Kann ich aber weghauen jetzt. Mach was du willst. Ich würde ihn machen. Der ist ein cooler Boss. Der macht Bock. Mach beim ersten Mal. Mhm. Mach ich zumindest. Wenn du es durch hast, starte ich das in die Ganshee Plus. Aber man steht dann ja so. Das ist ja nicht wie bei einem anderen Spiel, wo du ins Hauptmenü geworfen wirst. Wo der das Spiel sagt, okay, jetzt mach mal aus. Sondern das Spiel schmeißt dich wieder ins Spiel und lässt sich quasi nicht raus. Und man rennt oder ich renne dann weiter so lange, bis ich sterbe. Und das hat auf einmal beim letzten Boss wieder. Sowas leider nicht. Aber ich glaube, bis zu diesem Boss bin ich gekommen und da bin ich dann gestorben. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ey. Es gibt zur Zeit so viel zu zocken. Ich muss echt sagen, es ist... Ich meine, man kennt es ja mittlerweile, dass vor Weihnachten die ganzen Games rauskommen. Aber es kommen wirklich viele Sachen raus, auf die ich Bock habe. Das hier natürlich. Aber für mich natürlich auch Xenoblade Chronicles habe ich super Bock drauf. Was ja alleine schon ein Spiel ist, womit du dich ein Jahr beschäftigen kannst. Mhm. Ähm... Dann, ähm... Rainbow Six Siege habe ich Bock. Da hast du Bock? Okay. Hätte ich dich jetzt gar nicht. Ja, doch. Ey, das sagst du nur. Spiel das mal eine Runde und dann sprechen wir uns wieder. Ist nicht gut, oder was? Weiß ich nicht. Aber ich kenn dich. Das ist nix für dich. Doch, ey. Also von den ersten Ankündigungen hin so hatte ich Bock. Also von der Idee her, dass die einen so sich verschanzen müssen und die anderen müssen da durch die... Irgendwie das hat mich schon gereizt. Und dann natürlich Fallout bin ich immer noch. Mhm. Quasi ich war noch nicht in Diamond City so ungefähr. Was mit Witcher? Bist du da schon durch? Witcher hab ich noch gar nicht gespielt. Ich auch. Erst zehn Stunden. Also es ist... Es ist echt... Ach, der hier wieder. Ja, genau. Zeig ihn mal, Bruder. Schön. Ja, genau. Wieso hast du mich denn getroffen? Ja, man muss auch erst mal wieder lernen, ne? Du kennst die Regeln, ne? Aber wenn du jetzt drauf gehst, siehst du kein Stück vom DLC. Den mach ich jetzt fertig dann. Ich weiß. Aber er hat das immer noch drauf, ey. Nice. Ja gut, wir sind natürlich jetzt für den Anfang, ne? Sind wir eigentlich ganz gut, weil wir ja hier... Oh, das wollte ich gar nicht, siehst du? Sind wir ja ganz gut ausgerüstet. Ja, am Anfang vom NG Plus ist man eigentlich besser als am Anfang vom Normalen. Genau. Aber je weiter man spielt, umso weniger trägt dieser Vorteil. Und die DLCs sind natürlich auch extra Endgame-Content immer. Ja. Finde ich auch ganz geil. Man kommt relativ früh rein im normalen Spiel, sollte aber erst später rein. Das ist wie dieses Reward and Punishment. Soll ich jetzt schon rein mit dem geilen Shit holen? Aber mir auch eventuell ne Schelle abholen? Mhm. Your choice. Ja, der Typ, auf den fällt man nur einmal rein. Boah, das hat er jetzt zum Beispiel überlebt. Nicht das nicht. Und ey, im Prinzip hab ich ja so ein Time-Limit, was das Zocken angeht, bis April, ne? Dark Souls 3. Bis dahin muss eigentlich alles andere gezockt sein. Ja. Weil dann gibt's leider gar nix, ey. Das ist einfach... Das Ding ist, momentan ist ja so der Trend. Und das hat mir auch so ein bisschen in die Karten gespielt manchmal. Wenn du so lange wartest, bis die nächste Konsolengeneration rauskommt, kannst du die Remastered spielen. Das stimmt, ja. Da kommen auch noch einige... Oh, hab ich vergessen, siehst du? Das kommt auch noch dazu. So Sachen wie Uncharted, Last of Us. Ja. Was weiß ich. Ja, GTA wollte ich eigentlich nochmal auf PS4 zocken. Bei mir ist es Tomb Raider, den hab ich ja nie gezockt. Den fand ich super, dass der dann nochmal Remastered kam. Bei Läufer 360 oder so, hätte ich das dann nicht nochmal gezockt. Das sind eigentlich gute Zeiten zur Zeit für einen Zocker. Ja, total. Schlechte für Familienväter. Ähm. Und Berufstätige. Aber... Es ist Jammern auf Home New. Das Geile ist, ich hab nicht mehr so diesen Druck, den ich früher immer hatte. Ich muss es am Day One irgendwie komplett schon alles wissen und durchgezockt haben. So wie Fallout. Ich bin ganz entspannt. Mhm. Es kommen wieder Zeiten, wo es nix zu zocken gibt. Und da freu ich mich dann drauf, das dann noch zu zocken. Und zu wissen, da ist noch was im Schränkchen, worauf ich richtig Bock hab. So wie Witcher. Mhm. Ich hab da total Bock drauf, aber bislang noch nicht die Zeit gehabt, mich drauf einzulassen. Und ich weiß, irgendwann hol ich das Ding raus und zock's. Weil das wird auch in einem oder zwei Jahren noch geil aussehen und Spaß machen. Genau. Und du bist nicht alleine mit dem Problem. Also es sind keine Leute irgendwie, die dir die ganze Zeit von dem Spiel erzählen. Ja. Weil sie alle keine Zeit haben. Ja, das stimmt. Das ist das Ding. Das ist ja schön, wenn man sich mit Gleichaltrigen umgibt. Oh man, echt. Wie ändert man das? Ich weiß es nicht. Der Tag 48 Stunden oder so. Hey, hab ich auch mal überlegt. Oder wie wär's die 4-Tage-Arbeitswoche? Also das Wochenende quasi. Mhm. Um einen Tag verlängern. Das haben sie ja schon vor 100 Jahren gesagt. Da haben sie die Berechnung angestellt, wie das ist, wenn sich die Menschheit weiterentwickelt und so weiter. Dann müssen wir, haben schlaue Leute gesagt, im Jahr 2000 nur noch im Schnitt 4 Stunden arbeiten. Weil wir einfach so weit vorne sind mit unserer ersten Welt, dass das nicht mehr No tut. Und es würde ja auch nicht No tun. Trotzdem arbeiten wir alle unsere 8 Stunden. Wer bestimmt das eigentlich? Ja, ich versteh das auch nicht. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Ja, kann man das nicht mehr ändern? Ich mein, das ist wie so ein altes Rudiment von so einer ganz alten Regel, die überhaupt nicht mehr passt. 8 Stunden arbeiten, überleg doch mal. Ja. Ja, ey, das ist halt echt, meistens stimmt das Preis-Leistung. Oh shit. Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Ähm. Aber, ja, ey, da kommen ja dann noch so Sachen dazu, so, äh, das ist ja nicht nur zocken, dann kommen auch noch 1000 Serien jetzt so mit Netflix und so, ne? Ja. Und plötzlich hast du auch noch... Genau. Schlafen. Ist dir klar, dass du ein Drittel deines Lebens schläfst? Werbung? Ja, das muss man auch ändern. Einfach nur, das wäre eigentlich die Lösung, wenn du nur noch 2 Stunden Schlaf bräuchtest. Äh, denn lieber 2 Stunden arbeiten, ey. Oder? Also ganz ehrlich. Ja. Okay, wir müssen kurz in die Werbung gehen. Ich, äh, schnetzel trotzdem schon weiter. Bis gleich. Okay. Okay.